das kann ja dauern was könnte man denn in der zeit jetzt alles sinnvolles anstellen man könnte das auto waschen ein baum pflanzen ein haus bauen ein kind zeugen was man jetzt so alles tun könnte erzähl was was willst du denn wissen also meine geschichte begann mit meiner geburt stell dir vor und mein will ich was vormachen zu der zeit war ich ziemlich klein und jung jetzt der folge sind wir übrigens auch geben wir übrigens auch nachhilfe in französisch wie man im chat nachverfolgen kann der gute vorigste twitch ist dazu gekommen ein franzose den ich leider nicht verstehe aber ihm scheint wohl zu gefallen was ich hier macht das er hat heute auch sonntag er macht es genau richtig der nimmt dags holz so wie man dags holz nehmen sollte er lässt die seele baumeln genießt den ausblick und lässt die dinge einfach geschehen ach so und tschüss aber er war ein arschloch hier lohnt es sich in der schränke rum zu schnüffeln ich habe hier gerade alkohol gefunden jede menge du bist ein kille du bist ein kille du labo siehst schon so aus so ein verdächtiges rosa an dir denn bleib mal schön hier wo kommt wo bleibt der troll nein ich darf den stern nicht erwischen wenn ich den stern erwische dann falle ich wahrscheinlich direkt durch diesen weg durch oh gott sei denn so ein scheiß level die abgetriebenen pötchen der kardashians sie verfolgen mich wir sind mit einem helikopter abgestürzt den leuten die in diesem wald leben nach zu urteilen irgendwo über dem huns rück und sind in eine bibel sekte geraten und das ist ja ganz passabel ein airy timing ist wirklich alles andere als und freund momentan noch und ich bin sehr wahrscheinlich bleiben worden So ein großer, starker Kerl, so feige. Machen wir mal Siko-Mode. Was zum Fick? Mal meet-watching-me. Die Marios, wie geil sehen die denn aus? Hinten dran von der Mario-Super-Show. Suddenly, just when he thought all hope was lost. Sponge, here's a voice. Could it be God? It's time to take a... Nein! Nein! Das ist ja schon so... Das ist ja schon so ein bisschen asozial, oder? Sehr gut. Extrem gut. Hier sind Profi-Sonder. Was zum Fick war das? Ja, das frag ich mich auch gerade. Ähm... Auch wenn's nicht danach aussieht, ich scheine heute Abend Scheiß an den Fingern zu haben und bekomme deswegen überhaupt nichts gebacken. Oh, ich bin Rang 1. Wunderbar. Da kaufe ich mir ein Eis von. Ähm... Wow! Okay. Monty, was hat's jetzt mit der Aufsicht? Das ist bestimmt der Troll in dem Level. Ahn, das Schlimmste. Ach, der ist noch gar nicht fertig, der Level. Boah, das kann ich wieder hoch. Was ist das? Lauf, 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 lauf. Wow! Ist das ein Shortcut? Hier passiert noch irgendwas. Was ist das? Oh, Monty. Oh! Also jetzt mal zusammengefasst. Wir sind mit einem Helikopter abgestürzt. Wahrscheinlich denkt alle Welt, wir sind tot. Und unsere Frau ist weg. Klingt für mich nach der Chance, wir neu anfangen, oder? Aber wir schauen mal... Einfach viel zu schwach ist. Haben wir's mal... Was hat er denn hier? Ja, was ist denn hier heute los? Kannst du dir nicht ausdenken. Ich habe die Zeit damals noch nicht da? Weil ich mich nicht schwyfen würde. Das war aber auch noch nicht. Warum? Ich habe mich nicht aus. Ich habe mich noch nicht auf dem Weg. Unsere Zeit war es. Der Keil, der muss sein Leben lang auf dem Schulhof nur Prügel bezogen haben, um so ein Level zu erstellen. Oder einfach nur total dumm in der Birne sein, um ein Level, der von vorne bis hinten nicht funktioniert, in so einem tollen Heck drin zu lassen, um ihn damit zu ruinieren. Oder, oder, oder. Was hat er denn hier? Besteht er, als wollte er mich anbaggern? Na, Kleine, hast du heute schon was vor? Nein? Ha! So was. Geh weg. Es war Wiesenbach, ganz hinterrücks mit dem giftigen Trank, der ganz offensichtlich ein Willkommensumtrunk im Eingangsbereich gewesen ist. Das war eine extrem chaotische Runde. Das hat es mir echt nicht leicht gemacht. Das war ein Attentat aufs Headphone. Ich sag doch, heute geht gar nichts. Oh Mann, was ich heute anfasse, ist für ein Arsch. Ah. Sorry. Break krill. Omega. You broke my krill. You broke my krill. Oh yeah. Oh yeah. Ha 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 ha. Da da dum. Spawn started praying nothing happened. Der Ding ist talking. Wow. Was ist das? Ach so, damit ich wieder klein werde. Okay. War das jetzt ein Checkpoint oder war das wieder nur Jank? Ja, wieder nur ein Troll. Oh, die Ice Physics sind immerhin weg. Wow. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Nein. Ha 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 ha. Das war kein Checkpoint. Geil, das gefällt mir. Oh nein. besonders der richtige weg ist nämlich hier unten man muss versuchen so was rechtzeitig zu erkennen und der richtige weg ist hier entlang ich verabschiede mich jetzt wünsche noch einen schönen abend und vergrieche mich irgendwo hin wo ich in aller ruhe weinen kann so 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 so